Hallo Packe, wir können dich aussehen. Heißig, das ist ein Gehörner, weißt du, weißt du, dass man nicht klaut? Wird dir eine geben, aber dafür müsste er was für Jane, Meek und mich tun. Die Wächter haben drei Sicherheitskammer, um zu überwachen. Das sind uns ganz egal, ich kann sie von uns zum Halt schaffen. Ja, wenn wir nur die drei Kameras wegmachen. Warte mal. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Und wo ist die dritte? Da oben Ist das die da? Ja, wir werden wieder runter gehen, wollen wir mal gucken. Hi! Was heißt, du hast den Charakterbogen vergessen? Eine ganze Woche haben wir verbracht, die Sitzung vorzubereiten. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo ich ihn hingestellt habe, aber lass uns trotzdem spielen. Ich werde in die Höhle gehen. Los geht's. Gut gemacht, ich hätte nicht das du schaffst, hier nimm diesen Preis, du hast ihn dir verdient. Kassettenband. Der mir freut die geile Musik an den Modus. Die Tür? Ja. Die Präsenz erreichen wird, sind wir nicht erreichbar. Nimm mich auf den Mannsinn. Aber wenn man hier ist, fünf unten, einer da. Wir können hier eine Wohnung finden. Zwei, vier, ich brauche vier, fünf. Drei, fünf? Drei, fünf. Nimm mich. Nimm mich. Wie cool. Zwei, eins. muss ich den händler für folgenden zack machen das muss ich auch machen ganz wichtig 31 32 33 35 34 35 ihre wohnung gewonnen ups war ich nicht war eine lampe wie cool die tür ist dazu gesperrt was sind das gerade noch so auf ich dachte du wärst ein gesandter egal wer wirst du was würdest du von mir warte also ist sobald das eigentlich für klassiemen zu schicken ich schätze du bist mein neuer rekrut sehr groß bist du nicht gerade er hat sich auch durch keine nation überstanden ich hätte ziemlich geblieft sein ich habe nach einem weg zur auswelt gesucht seit ich das arbeiten noch verlassen habe aber die wächter sind immer wachsam jetzt wo du hier bist kannst du mir helfen folge mir naja lass uns mal umgucken hier erst mal umsehen aha hier ist nämlich irgendwas oder ist hier nicht jemals oder hier ist ein schadplatz aber das war hier warum noch nicht sieht so cool aus ne also so 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 nein 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 das wirst du nicht klauen oh oh yes so so hey hast du dir eine musik an die war cool ey guck den mann hier steht hinter das spiegelbild okay also wir haben jetzt schon mal das eine jetzt brauchen wir noch nen Helm das 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 wir brauchen hast du auch sein gefunden ne ich weiß nicht wo woher kriegst du nen Helm woher kriegst du nen Helm nur jetzt bekleidung wo ist denn der hutladen noch gar nicht gesehen der hutladen der hutladen das ist es nicht hier sollte ich auch nicht sein ja auch nicht wo gibt es denn hier hüte sind ladenstraßen wasser nego korb die ladenstraße ist ja nur da sie gibt es schuhe aber keine hüte er hat einen komischen hut auf die im bau bei der hut nein 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 Ich habe keine Hüte. Ich habe keine Hüte. Ich habe keine Hüte. Ich habe keine Hüte. landshort ist hier hier vielleicht er hat einen dummen hut auf aber hier könnte man nun geben ist diese kneipe ist die residenz hier in den plan offenheit laden was sowieso man auf sowas kommt wie soll man darauf gekommen die roboter die arbeit das verhalten der menschen nach haben die bürger und street food zu verkaufen wir haben mich ja mein liebungslokal ist noch ein menschen einladen und der name der ich weiß nicht mehr singen mit allem an glaube ich wieder raus hallo das ist noch kein gut lagen gefunden da wieder aufgestockt wird aber die beiden kommen dann könnte es noch eine weile dauern junge ich wollte eben kann auch dass die stuplache zurückkommen und mir hilft diese hüte wieder ausgestockt und der stelle nicht begeistert dann kann wieder in der bar umhängt keiner was erleben auf zur bar zurück welches ist das über die bar in irgendeiner nebenstraße glaube ich ne weil hier nicht hier in der nebenstraße hier war das hier war die bar jetzt du w w 10 tän w w ok wer hier braucht einen harten schlag auf die birne hier beim center ja ich habe es gefunden die arbeiter der ich brauche gut ich mache auch gleich dass er schon bescheid ist ich weiß nur darauf was ich in den hut kriege und dann er trägt mir erst mal rein bauer bei der helm bauer bei der helm aha das wäre jetzt auch so speicher punkt ich will schon wieder im husten nebenbei bringt dazu wenig leider und heute geht es weiter im stadtzentrum wir haben jetzt schon gespielt kapitel 19 von 27 also glaube ich oder ach erinnerungen 13 von 27 also uns fehlen noch einige erinnerungen die wir finden können wohl im nachhinein auch okay also können wir so auch die achievement holen ist cool gelöst ich würde das gerne nachher machen wenn es dann wirklich durch sind wir haben auf jeden fall noch so ein bisschen besser was zu tun letztes mal aufgehört mit wir haben die mütze gut und die müssen wir dann jetzt zu diesem people springen hier ob ich da jetzt stehe würde ich da rein gehen okay ich höre nicht das noch da ist auch so eine mauer so nicht klemmen teilen suchen fortsetzen ja dann wie rein so bringt mir nichts so wo wir denn man wenn du mit dir sprechen nein die sollen sich nicht kann ich immer gegeben ich bin katz und arbeiter aber ich hätte mal zeigen müssen dass ich mir klaut und hier sind die bombe ja gerade ausgezogen ja blazer herr von dem wird ausreichend zieh mich jetzt an kannst du dich umdrehen eigentlich wollte ich nicht beim helm umdrehen beim helm anziehen umdrehen sind klasse bis dann ja aber es wird schon gehen ok springen in diese kiste und steuern dich durch den kontraupunkt ah dafür ist die kiste hier nice ich kann nicht miauen schade das hat ich können vorher gerne miauen oder so ja in der nico kopf Okay, wieder so ein Möbelpress. Oh, ich muss mich hier verstecken, kann man erwischt werden, ich muss das festen, ne? Ja, die schießt auf mich. Hat der völlig geschossen, Alter, als ich bekloppt bin? Oh, hier komm ich. Komm gut um meine Hände da rum, warte, jetzt muss hier die... Geh weg! Äh! Ach krass, also hier ist voll so eine Schleich-Aktion, ja? So, erstmal gucken. Und zum helfen? Ich habe nur so einen riesigen verrückten Schlüssel zu meiner Brune verloren. Die Wächter haben sich gefragt, war ich mir zu helfen. Er sagt nur, wenn du nirgendwo hingehen kannst, mehr arbeiten hier. Vielleicht helfen wir uns wieder zu finden, wäre ich da ewig dankbar. Oh, okay. Also eine Schlüssel liegen da unten, ja? Kommt der da runter? Oh, dann gehe ich gleich je nach unten. Ich glaube, ich gehe gleich je nach unten, ne? Gehe ich mal von aus. Aua, aua, aua! Die haben immer ne kleine Katze erschossen. Hä? Au! Richtig übel! Na gut. Dann nimm mal richtig jetzt. Oh! Juhu! Nimm mal den Schwenker da weg! Juhu! Juhu! Nimm mal den Schwenker da weg! Tja, wie komme ich hier bei dem Motto hoch, ne? ? Lerbe! Echt? Kau, wo? Er steht, wo? Ja! Kau, wo? Derrick weiß. Säger oder slower. Erst- Er ist hier, das ist hier zuhör. Hier ist es, der russisch in der Schwenker zu bekommen. ah ich muss ach so ok muss der umständigen weg runter gehen ich verstehe cool gemacht echt nice gemacht muss ich sagen coole sache schlüssel gefunden also kriegen jetzt zurück gut geklappt hier du hast sie gewonnen ich habe etwas das ich dir als angeschön geben kann ein abzeichen, ein nick abzeichen zwei zu kriegen also ich weiß von zwei die man kriegen kann und unten noch bei the balthasar an ich weiß hier im ich kann es hier komme ich also zurück zu 2 als ausgang komme ich hier hinterlangen hier muss ich auf dem stein warten ich bin auf dem müllkäfig da wird das runtergecaptet oh wie mies alter richtig mies ich werde nämlich dadurch gestärbe aber nicht damit natürlich hey so ein saugroboter ein roboter jetzt einfach mal davon aus es gibt mehrere wie komme ich hier rein oben lang lass mich mal überlegen was wäre der da passiert nichts der muss nochmal hier rauf damit er jetzt rolle durchrollen er jetzt fast so durchrollen kann und ich glaube der muss auch hier hin damit er hoch kommen aus so mit dem mal hier rein rollen und das hier hin weiter 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 und stopp du kommst jetzt hier hin stopp und mit dem hier machen wir die dinge runter oder das haben wir noch aus genau gar nix die batterie wir haben sie Hey, ich kann uns nicht verschütteln, bevor wir die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Ähm. Ah, hier ist es. Okay. Das ist der Eimer, den wir gesehen haben.